Werde mindestens 100 Jahre alt. Das neueste medizinische Gerät Dr. Plus. Erfolgreiche Behandlung akuter und chronischer Erkrankungen, die durch Viren, Bakterien und Parasite ihren Anfang haben. Diese einzigartige Behandlungsmethode erlaubt die Einsetzung des Geräts bei beliebiger Erkrankung, die keinen dringenden chirurgischen Eingriff erfordert. Das Gerät Dr. Plus ist kombinierbar mit allen Behandlungsmethoden, Prophylaxen und Rehabilitationen nach einer Operation. Mehr als 3000 effektive Programme zur Behandlung verschiedener Erkrankungen. Gastritis, Grippe, Erkältungen, Depressionen, Multiple Sklerose, Parkinson, Immundefekte, Transplantationen, Schilddrüsenerkrankungen, Arthritis, Arthrose, Ischias, Erkrankungen der Leber, Pankreas, Diabetes, Allergie, Asthma, Bronchitis, Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, Autismus, Hyperaktivität, Dysbakteriöse Pilze, Krankheiten des Herzens und der Gefäße, Arteriosklerose, Nierensteine, Schlaflosigkeit, Schnarchen und Apnoe, Impotenz und Prostatitis und vieles weitere. Das Gerät Dr. Plus wird Ihnen helfen, Ihre verlorene Gesundheit wiederherzustellen. Unser Ziel ist es, Niederlassungen in jeder Stadt zu organisieren. Wir laden Sie ein, mit uns zusammenzuarbeiten, um das Gerät Dr. Plus zu veräußern. Untertitelung des ZDF, 2020